nichts was für eine Krankheit ein Nischel ist ein Nihilist kennt ihr es nicht Nö Nihilist sind Leute die alle schlecht reden aber keine Pessimisten und Nihilisten weil ich alles die alles gleich sehen alles schlechte gleich schlecht ne Aaaaah ja äh mir klappt man Nihilist also ich schau auf Wikipedia nach ja mach ich gut ja wie schreibt man das ganze denn? äh Nih aha äh warte kurz N I H äh seid ihr im Haus grad drin? ich bin im Haus ja wer hast du? ich hab Nihil Nihil so äh mach hier mal Killing raus und dann bitte einmal alle schlafen gehen, dass wir Tag haben, ich muss ein bisschen Dreck abbauen was soll ich machen? schlafen gehen wer schon weg wo soll ich mich hinlegen? äh das ist genau da wo nichts drüber steht, wo du glaub ich draufstehst sogar ne das ist Hexe 04 hier Hexe so 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 vor allem hast du Hexe geschrieben? hast du Hexe geschrieben? du weißt warum, ne? ja also ein Nihil 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 ist die Hexe ist ja so als habe ich ich guck's morgen nach ja so äh meinst Nikolai nicht Dächt ich muss böse Nikolai böse ich hab Schaf gefunden das verstarke auch nicht gemacht ja und ich suche irgendwo eine Stelle wo ich Dreck abbauen kann ich hab einen Schaf gefunden egal, Heftigen müssen Dreck abbauen ja wohin denn? hier bei mir am besten super ich bin hinterm Haus was in deinem Haus Trecker bauen kannst du mir mit den Schocken mitbringen, Nikolai? das brauchst du für eine Stein? ja, reicht das mal Eisenwerkzeuge können wir uns auch nicht leisten nein, ich hab hier einen Staub äh, hier ist eine wenn man ihn gehabt oh danke in diesem Umkreis einfach direkt gerade nach unten alle Erde weg äh, wird zu sonst äh, ein bisschen Steine fahren? ne, wobei? ja, Stein haben wir nicht genug, oder? ja, ob ich sagen, Stein haben wir fast genug ich mein, wir haben letzt mal ziemlich viel Graben, du? ja, können, also da könnten wir nächste Aufnahmesession, würde ich mal sagen gehen wir bei der Diamantengebot ach ja, äh, für alle die jetzt dazu geschalten haben, geschweige denn, ähm, jetzt gucken, äh, gebt mal eure Kommentare ab, also ob wir gut sind, ob wir schlecht sind, was wir verbessern können, oder was wir noch ein bisschen blöder machen sollen, ob wir da zu gut drin sind, oder ähnliches. ha, was wir gerne über eure Sachen hättet, was wir bauen sollen, was wir bauen sollen, genau, was wir machen sollen, was wir machen sollen, sowas wie Bienen erforschen, oder, äh, Abtachen abbauen ... Prozent ist mir der Dreck am Herbst ich bin den Kling Kling kam aber auch gut das sollte reichen so Prozent Nikolaus noch im Hälften mit dem Spiel was sind wir schon schön Fluchttunnel gibt es nicht Prozent Stimmt so was können wir einbauen es gibt keine Fluchttunnel doch sucht ein Lärm an Fluchttunnel K n das ist jetzt wieder da kam der Schild ist nein muss ich mir machen so wie die eine Dienstwohnheit der Ecke hat mir nicht aber nicht sagen wäre das darf nicht 30 Prozent er weiß warum ich will sie so laufen lassen was sagen und so was sagt man einfach nicht nur aber sagt man wegen zweiter der Kopierer-Verletzung. Oh, hat er sich verletzt? Der Kopierer hat sich verletzt, ja. Oh, haha. Der Kopierer hat sich verletzt. Der Kopierechter. Der rechte Kopierer, ja. Was folgst du mir eigentlich? Such dir der eigenen... Ich weiß gar nicht so recht, was ich tun soll. Ja, helfst du mir hier. Choose your own way, man. Choose your own way. Okay. Du hast... Ja, hier die alles so runterbuddeln und alles rausreißen außer dem Dreck. Alles ihr genannt ist dann weg, oder was? Jo. Okay. Ist wieder schaufe Kopport. Mhm. Und zwar zu allen Seiten bis zu den Wassergraben hier. Also eigentlich... Ja, gut, äh... Ja, bis zu der Außenkante, also bis zum Wasser. Zu allen Seiten hin. Äh, ich crafte schon mal einen Zaun, beziehungsweise eigentlich müsste ich noch welchen haben, oder? Wow, acht Zaun. Das reicht. Wupp mal hier in Wasser rein. Schöne. So. Oh, Mann. Das ruckelt bei mir irgendwie voll. Ja, bei mir auch so ein bisschen. So. Ach, ich wollt noch Zorn nehmen. Wir hatten das Bescheid, was er noch hier mitten drin hingemacht. Was weiß ich noch? Das ist die, äh... Was für Land, because the rules. Was witz mit deinem because the rules? Was heißt das about? Hm. Verstehst du nicht, Alessandro? Oh, miss. Wurder muss gegen mich. Was hab ich hier eigentlich für ne Wettergleichung? Was? Was? Sonne, Minus, Regen, Wolke, Mond, Mond, egal. Egal. Laufst du da? Oh, miss. Äh... Okay, ich hab wieder ein bisschen was zu tun, mit sich auszublenden. Ja, ich hab wieder ein bisschen was zu tun, mit sich auszublenden. Ja, ich hab schon eingeblendet. Aussehen auf F3 gekommen. Oh, oh. War zu viel. War zu viel. Arbeiter. Das war zu wenig, aber man so... Ich hab auch mal schon gemacht, wir schon wieder meinen. Oh, ich bin mir runtergefallen. Ich komm mir nie wieder raus. Oh, das ist jetzt endlich, äh... ja, jetzt ist ja alles in der Wasser. Das soll das schön. Schatz sind. Oh, ha! Ah, ha! Häh! 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 Was? Hast du mich geschlagen? Was? Was ich gemacht habe? Nicht geschlagen. Nein, muss ich die Schlange? Keine Ahnung. Ah, ich hab das Clay gefunden. Okay. Ah, ich auch hier. Mhm. Ich hab auch keine Rache nötig oder so, weißt du? Nein. Für Folge 10 oder so. 10? Ja, ich mein, du hast mich ja nicht geschlagen in der Mine unten. Das ist Folge 9. Das ist Folge 10, gleich am Anfang. Nein. Nein. Ja. Das war da. Oh, scheiße. So. Da kommt ein Wasser rein. Wo ist das Leck? Äh, ja. Warte ich auf den? Nein, darf ich nicht. Schon wieder Wasser. Warum? Mach zu. Mach das Wasser komplett zu. Ah. Müssen wir nicht machen, ist ja so. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen Glasschmelz. haben wir so wenig Sand. Haben wir? Oh. Dann brauchen wir ja noch welchen. Ich sag nichts dazu. Ich hab Eisen gefunden. Türpödel. Mach das was. Im Ofen. Reiß raus. Verbrände nicht die Fingerler, also. Frisch gebrannt. Ich back mir einen Stein, ich back mir einen Stein. Ja, genau. Nikolai backt sich einen Stein. Ich back mir Steine am Sonntag und am Montag gibt Kakao. Wie kommst du auch so ein Schachsinn? Keine Ahnung. Ob das kann dir nur Nikolai kommen? Ah, was ist das? Samstag back ich mir Steine und am Montag back ich mir Holz. Jetzt hast du Samstag gesagt. Na und? Nervig. Ich back mir einen, was ich brauche. Mein Beerer. Der lässt Krübel hinter dir, Nikolai. Ich back mir, was ich rauche. Jetzt fängt er auch noch an, illegale Sachen zu machen. Ich kippe. Lass mich in Ruhe. Mein Kippe war noch. Mein Kippe war noch. Dann brauchen wir nicht zu. Nicht Spaß, dann Renner. Lalalala. Mach das Geleck zu. Wir brauchen mehr Dreck. Das Land braucht mehr Dreck. Mehr Dreck braucht das Land. Ähm. Dann back ich unter Dreck, dann back ich unter Dreck. Was kriegst du auch hin, du alte Hexe? Nee. Ja. Das ist Dreck. So viel davon. Ich sag das mal nichts. Ja, ich kann auch anfangen zu rein, wenn du willst. Nein. Die war noch noch mit Grund gibt. Oh, komm mir nicht mit dir. Jetzt lachst du was? Oh. Aber noch Dienstag. Aua. Also für die, die es jetzt gerade in dieser Sekunde gucken, für diejenigen müsste es eigentlich Mittwoch sein. Mittwoch. Lass mich mal bitte hoch. Danke. Habe ich schon mal gesagt, dass Mittwoch ein Scheißdach ist. Wieso? Schultechnisch, ja. Ernte mal das Brot. Hä? Ernte mal das Getreide und es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Äh, ich glaube. Ja, es wird schon wieder dunkel. Oh, das ist so. Oh, das macht nichts kaputt, Nikolai. Ich baue unsere Dreckminimor ein bisschen aus. Wie macht ihr das überhaupt so hässlich? Na, wie wäre die Erde? Oder was es ist? Hä? Achso, ich reiß nur den Sand raus, wenn wir irgendwann nochmal was glastechnisch brauchen, bis wir mehr Sand haben. Dass wir da nicht so viel sammeln brauchen. Und das sind vernünftigen Untergrund haben. Oh man, ich kann ja nicht die Tür so gesetzend. So. Da hast du mir ins Gesicht, auch wie mir. Äh, Krasse meiner ein paar Zäune. Mal ein paar Zäune, das war. Achso, dass du das einfach machst. Ich bin da am Feld bei. Genau, Nikolai. Achso, stimmt ja. Ne, alles, da musst du doch. Oh man. Mauer unser Feld aus. Äh. Und das ist groß wert und gedeiert. Ich zieh unser Kind liebevoll auf, du. Du, du. Straben, Mutter. Ey. Weißt du, wie Zäune gehen? Ja, denk schon. Kroo auf jeden Fall mitkoll. Echt? Oh mein Gott, ob sie die haben, ob sie die haben, ob sie die haben, ob sie die von Kroo. Und ich wollte gerade, weiß ich nicht was, ne. Wollt benutzen, ne? Äh, ne, 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 du brauchst gar keine mehr machen. Wir haben ja noch Zäune. Die sie hier müssen ja raus. Ah ja, genau, mal was. Du kannst Halbsteps machen. Was? Halbstufen. 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 Okay. Drei Retter nebeneinander. Wooden Slap, heißen sie so? Ja, ich bin nicht mit, ich hab sie nicht, hier sind noch 13. Hm, ich glaub, wenn glaub nicht reichen. Willst du treuern Abend? Äh, sollst du einfach an. Ey, du. Aua! Machen wir nicht. Lalalala. Nur weil ich, äh, braun bin. Du bist gelb, oder? Ja, sandig. So besser. Was tut denn Skin? Hm? Das soll ein Soldat, glaub ich, darstellen. Neh mal hier den Zaun auf, bitte. Okay. Aber irgendwas da, oder was? Jo.